Hey und herzlich willkommen! Ich werde versuchen bis heute in die nächsten 7 Tage täglich ein Video von zu bringen und jetzt stehen wir mal direkt rein. Ich habe irgendwie Angst und die Neuerung des Tages und zieht jetzt mein Puls. Ich hoffe ich gefällt euch. Das habe ich mir gedacht bei Horrorspielen. Kann das schon witzig sein. Jetzt ist da was gestaunt, dem es nicht gewesen ist. Jetzt bin ich wieder da. Habe ich jetzt einen Schlüssel? Nein, gar nichts. Jetzt kann ich auch nicht aufmachen. Da habe ich alles eingelogert. Ich glaube, dass er seine Hände abschlagen hat. Es muss nicht sein, dass wir alles abgemüssen. Wir können dann auch wieder zurückgehen. Aber da drüben ist der Daddy, was mich nachrenntet, was ich auch noch nicht umgebracht habe. Ich bin auch weggelaufen. Ich bin von allem auch weggelaufen. Äh, das ist schon mal schwer. So, da kommt der Erste. Lecker. Nein, 1, 2 weg! Nein, 1, 2 weg! Nein, 1, 2 weg! Stoppen. Stoppen? Wo wir los? Was denn? Ah, also stoppen. Das geht nicht so schnell. Bis bald, bis bald. Das hat er automatisch... Nein, dann nicht. Ja. Ich weiß nicht, der... Das ist, das ist... Er hat selber gesagt, dass das Messer nichts drauf hat. Der, der... Der, der... Der, der... Der, der... Der, der... Der, der Charakter. Hallo, warst du vorher schon da? Was ist das? Ich mache jetzt auch nicht. Was? Ich komme vorher, wir machen immer das Volk. Ich mache ja auch Munition. Auch komplette Magazin, nur bei allen einzigen. So. Ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abheuert. Hol ihn raus und er fertig ist. Du weißt doch, wie man die dürfen, oder? Denk dran, 3a und einen Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Du weißt. Tja. Aus dem Haus fliehen die Flinte bekommen. Und was sagt's? Und was sagt's? Das Kerl, cool. Ah ja. Ah ja. Da passiert etwas. Oh Gott. Ah. Ha. Gut, dass wir noch immer Kartauschen langen haben. Äh. Tschüss, Bruder. Wir sind jetzt im Wörterraum. Wir sind jetzt im Wörterraum. Verarbeitungsbereich. Der Raum hat es bis jetzt am wenigsten braucht von allen. 3a? Wird da irgendwas falsch gemacht? Das einzige, was er im Raum gemacht hat, ist viel Munition verbraucht. Oh, okay. Da sind jetzt vier von ihnen drinnen. Da sind auch hier drinnen. Da sind auch hier drinnen. Ah. Da sind jetzt vier von ihnen drinnen. Da sind auch hier drinnen. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Da haben wir die Map. Da drinnen wir mal zu. Der ist mal ein Schlüssel, der ist gut. Schatzfotter haben wir auch schon gesehen. Kraut. Rüssiges Ding. Da sind wir reingegangen und sind wieder raufgelaufen. Die vergessen warum. Sicher gut unten. Was war da unten? Ah ja. Das ist nicht weiter gegangen. Das ist eine Schlange. Kannst du mit Dietrich aufmachen? Aber ich kann mit Dietrich nur nur Arzig Schloss aufmachen. Ja. So weit waren wir. Oh mein Gott. Jetzt probieren wir das wieder. Und zwar blocken. Geht nicht einmal. Und zwar. Nettes Drucken. Ja. Da ist noch einer. Wir können auch wieder. So wie ich es letztens gemacht habe. Zugemacht. Gutes. Ich glaube wir brauchen bessere Waffen für da unten. Wir können da oben nämlich sauvres Sachen machen noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie wichtig ist das denn sowas abbraten? Ich drücken. Ich brauche ihn. Der ist abbraten. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn nicht. Jetzt gibt es noch einen. Ich hab gar nicht gewusst, dass die sowas drauf haben, dass die da oben erspannen. Skopion! Endlich! Wo komm ich da jetzt hin? Wieder zurück! Cool! Da wurde der Daddy auf mich gewartet. Da oben rennt der Daddy um und um. So, ganz genau. Ich bin nicht noch so viel. So, da war ich schon. Da war es aber der erste von den coolen Fingern. Wir haben die Möglichkeit, in den Wohnzimmer zu gehen, den wir da einfach durchgehen. Ja, das machen wir mal. Sag mal, wie kommen wir da nicht durch? Oh mein Gott! Wir haben ihn wieder angefunden. Hi Daddy! Ich mach das! Ich hab keine Ahnung, wie ich den umbringen soll. Wir kennen das früher schon. Da ist einmal ein Ruck der Wand. Hi! Tür zu machen. Hast du das schon Spaß? Nein, aber ich weiß, dass ich das Bandel da montieren muss. Das machen wir jetzt einmal. Bandel, Bandel, Bandel. Weißer Hundekopf. Ich sehe dich! Hi! Ich glaube nicht, dass wir den mit dem Messer schaffen. Oh mein Gott! Er hat gerade einen Esstisch zu schlagen. Wie soll ich das denn sagen? Ehingo? Ah, ich weiß nicht. Oh mein Gott! Gehen wir auch hier auch schon drauf? Nein! Wie falsch laufen? Mach zu, mach zu. Leuch! Wo bist du? Wir haben einen Hund in den Kopf, den können wir jetzt da aufbauen. Fällen nur noch zwei. Cool. Munition können wir nicht herstellen? Nope. Cool. Da hast du die Shotgun. Was haben wir da? Ich habe hier das nette versteckt, finde es wenn du kannst. Ich habe hier das nette... Wo war das? Was ist die Schlange? Ich komme! Ich habe dich gefunden! Und? Wo ist denn? Was? 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 We', we? Hier ist ein Skorpion ... Ist das Skorpion ... Wah, dann schauen wir jetzt hin ... Den habe ich schon angeschaut. Er ist da. Er ist einfach da. Ey, ich bin aber zum Skobion jetzt. Er steht aber neben uns. Skobion. Das dauert nicht mehr lang, dann find ich dich und leg dich auf! Defekte Flinte. Ja, ist das. Er kommt. Okay, das wird... Du gehst mir kurz an und du hast die Wissen. Fuck. Es ist vorbei, Jungs! Gäste mehr, Gäste mehr. Stressig. Kann sein. Ich glaube schon. Er geht um zu dreimal rum. Nice. Endlich. Oh mein Gott. Wir haben kein Ding mehr. Ey, wir haben eine defekte Flinte. Was bin ich für ein Babo? Jetzt können wir endlich die ohne Flinte holen. Dann kann ich da mal ein paar Viecher wegblasen. Und Kraut brauchen wir auch mal wieder. Holy fuck. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Jetzt gehen wir da. Die defekte auf der Dunkel. Yeah. Cool. Was ist das? Wenn ich das noch wissen würde. Wir können jetzt schon viele Sachen verwenden. Actually. Ich habe mich verloren. Schieß auf mich, schieß auf mich. Das mache ich trotzdem, oder? Ich mache vielleicht das. Oh. Es ist hier und dort und überall. Cool. Ich soll auch mal wieder anrufen. Nope. Skopion. Also. Cool. Wes Cool. Für's euch good. Bis zum nächsten Mal.